Hi, mein Name ist Marco Müllender. Ich bin Produktmanager bei König & Bauer Coding. Heute stelle ich Ihnen unser neues Tool Print & Check vor. Die Lösung für die Sicherheit Ihrer Produktion. König & Bauer Coding steht für Kennzeichnungslösungen auf höchstem Niveau. Dennoch kann es sein, dass Sie den Druck auf Ihrem Produkt gerne überprüfen und sicherstellen möchten. So möchten Sie z.B. den Dateninhalt eines Data & Matrix Codes verifizieren. Oder Sie möchten auslesen, ob das richtige Datum, die richtige Uhrzeit, die richtige Chargenummer auf Ihrem Produkt angekommen ist. Hierfür steht Print & Check. Ich habe Ihnen das Ganze als Produktionslinie mal links neben mir mitgebracht. Stellen Sie sich vor, dies sei ein Förderband in Ihrer Produktion. In der Mitte steht der Alphajet Mondo, Ihr Kennzeichnungsdrucker. Der Alphajet Mondo druckt Chargenummer, Datum und einen Data-Matrix-Code auf Ihr Produkt. Drucker und Kamera gleichen Ihre Daten ab und können bei nicht in Ordnung ein Signal an Ihre Produktionsanlage senden. Die Produktionsanlage kann im Anschluss Ihre Geschwindigkeit verlangsamen, die Bandgeschwindigkeit gänzlich anhalten oder eine Ausschlossestation betätigen, welche die Schlechteile aussortiert. Das Ganze kann für Ihre Mitarbeiter visualisiert werden, wie ganz links auf dem Tablet zu sehen. Print & Check funktioniert natürlich auf verschiedensten Materialien und lässt sich auch in Ihre Produktion sehr einfach anbinden. Ein paar Beispiele werden dies verdeutlichen. Lesen und prüfen Sie Texte oder Codes auf transparenten Oberflächen. Überwachen Sie die Qualität auf kleinsten Bauteilen. Prüfen Sie ein Datum auf Richtigkeit oder werten Sie den Inhalt von Codes aus. Print & Check ist kombinierbar mit bestehenden Anlagen, wie zum Beispiel Etikettenspender. Selbst auf engstem Raum machen wir die Integration möglich. Und Sie sind jederzeit bestens auf neue Einsatzfelder vorbereitet. Kunden, die heute schon begeistert Print & Check nutzen, bestätigen uns. Bereits eine vermiedene Kundenreklamation spart die Gesamtkosten unserer ganzen hier abgebildeten Lösung. Diese Lösung ist bei uns im Haus bereits seit langem etabliert. Profitieren Sie daher von unserer Erfahrung. Wir kommen gerne bei Ihnen vorbei und erarbeiten mit Ihnen zusammen ein geeignetes Konzept für Ihre Produktionsumgebung.